Gut, aus dem Vierfüßlerstand beide Knie heben, den linken Fuß vor das rechte Knie, rechtes Bein nach hinten strecken, die Arme gestreckt, das Becken senken und die Hüften nach links rollen. Das bleibt gestreckt und die Hüften rollen aus der Mitte zur linken Seite. Beides möglich. Du kannst jetzt dynamisch arbeiten oder statisch verharren in der Endposition. Bis zum nächsten Mal.